Das ist unser Familienauftrag, Bernhardi. Es ist unser verdammter Familienauftrag, Bernhardi. We gotta do this, man. And we gotta do it right. Sammy. Oh, saftige 0,24. Let's friggin go. Komm schon. Komm schon. Ich brauch hype in the chat, man. Wo ist der hype in the chat, baby? Gib mir ein bisschen hype in the chat. Late night hype in the chat, baby. Give me a little bit of late night hype. In the chat, baby. Who is in the chat, baby? It's not looking good right now. We need some hype. It is definitely not looking good right now. I can tell you that much. Oof. 15 Power, da ist 10, hab ich. Oh oh. Komm schon, wir sind schon bei 5%. Do it, baby. Do it. Jetzt. Komm schon, baby. Jetzt. Ja, let's go. Nice. Mit Ansage. Bei jedem Ding gesagt. Let's go. Jetzt. Jetzt. Mit Ansage, by the way. Easy mit Ansage. Okay. Saftige 0,49. Das Ding ist so gut wie im Kasten. Come on. Oh, der freudige Ding steigt jedes Mal nur um 0,06. Das ist ja belastend. Okay. Das waren unsere 38. Jetzt haben wir noch unsere 82. Ich weiß nicht, welche von beiden die Violet waren und welche die aus dem Cash-Shop. Ich schätze mal, die 82 sind die aus dem Cash-Shop. Aber ich hab absolut keine Ahnung. Aber doch, die 2. Ich bin mir ziemlich sicher, die 82 sind die aus dem Cash-Shop. Also die müssten jetzt eigentlich besser sein, theoretisch. Denn so funktioniert dieses Spiel. Nicht. Wird schon geil, wenn da noch ein paar übrig bleiben. Bisschen Necklace, beide Ringe, äh, O-Ringe noch auf 10 vielleicht. Über den zweiten Ring braucht man jetzt nicht mehr reingehen. 2% knallt. Aber was? Mein Gate-Beutel? Meine Halsschlag-Ader? Was, was knallt da? Galas Hand in mein Gesicht? Ich hätte mich nicht cheeren sollen. Ich hab aber die ganze Zeit ohne Cheer geupgradet. Zumindest ohne mein eigenes Cheer. Oh. 50 noch. Schon 3%... Oh! Ohohoho! Alter, in plus 35 magische Kraft plus 4. Das ist ein sexy Gerät. Und ich würde sagen, beide O-Ringe auf 10. Das macht fast keinen Unterschied. Das müsste eigentlich ultra einfach sein, oder? Um wie viel Prozent schon? 6. Du hast aber 2 gekauten. Das war 3. Das war 3,0, glaub ich. Yo. 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 Ich hasse diese Lone-Upgrade-Dinger. Ich hasse diese Lone-Upgrade-Dinger. Ja, das ist so ein Scam, Alter. Ah. Junge, Junge, Junge. Und das alles für 30 Zusatzschaden oder so. Ja, Kette vielleicht noch einmal upgraden. Wobei eigentlich... Eigentlich brauch ich's nicht. Was hab ich aktuell für eine MP-Verringerung? 44%. Was hat die für eine Chance? Zwei. Lieber nicht. Lieber nicht. Und was hat der Ring für eine Chance? Wir haben noch 41. Ein Prozent. Oh ja, komm, let's go. Und noch Ringe und den Rest sind die O-Ringe. Ein Prozent magischer Krass. Das mehr ist alles andere. Ja, aber der müsste jetzt bloß 8 sein gehen von 5. Oh. Da werde ich zum Tier. Was war das? Drei Trials? Dang. Ah, komm schon. Der wird jetzt noch bloß 17. Das wär ein Traum. Das wär ein Träumchen. Komm schon. Komm schon. Do it for the YouTube-Views. Do it for the YouTube-Video. YouTube-Gang. Was geht ab? YouTube-Gang. Ich grüße euch aus der Vergangenheit. YouTube-Gang. Ihr müsst mich jetzt zurückgrüßen. YouTube-Gang. Ihr müsst jetzt in die Kommentare schreiben. Grüße zurück. Danke, YouTube-Gang. Uff. Vorhin hat's auch bei 5 geklappt, glaube ich. Oh. Nein. Ja, aber hier ist Feierabend. Das ist jetzt zu crazy. Ich würd sagen, nochmal Ohrringe. Macht sehr wenig Unterschied bei Mage, die Ohrringe. Aber es macht nicht keinen Unterschied. Es macht nur wenig Unterschied. Nicht keinen. Verdammt. Junge. Alter. 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 Ihr habt gerade straight up drei Coin-Flips hintereinander verloren. Warum ist es immer so schlecht, ey? Denkst du dir bei den Prozentchancen? Zack, zack. Links, rechts. Bam, 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 bam. Und dann ein Fail nach dem anderen bei 40, 50, 55, 59. Das ist so lächerlich. Jetzt jetzt schon wieder. 25, 32 und dann... Was haben wir noch? 5. Und noch ein Pelizin. Come on, man. 3. 2. 3. Genugtuung. Okay, einer plus 12, einer plus 11. 17, 11, 12, 12, 18. Das klingt mittlerweile gar nicht mal mehr so low-level mäßig. 17, 11, 12, 12, 18. Das klingt gar nicht mal mehr so bad. Noch mal ein kleines Upgrade. Verdammter Cash. Von helm, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 4, 1, 2, 1. 4, 1, 3, 2, 1, 1, 3. 5, 1, 2, 3. 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2.